7.000 Euro von den Verbundwerken Südwest-Sachsen als Zeichen der Verbundenheit mit der Region. Über einen Scheck in dieser Höhe konnte sich die Stadt Stolberg am 20. April zum wiederholten Mal freuen. Die symbolische Übergabe des Geldes erfolgte im Zuge einer Stadtratssitzung an Oberbürgermeister Marcel Schmidt durch die VWS-Geschäftsführer Ilka Amlung und Hendrik Hertwig. Die jährliche Sponsoring-Aktion hat bei den Verbundwerken schon Tradition. Sie dringt in Stolberg, Liechtenstein und Grimmitschau, dem Einzugsgebiet des Energiedienstleisters, regelmäßig bis in kleine Vereine und Initiativen vor.